hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft jurassic park mit der lieben miri hallo der isie mit dem hammer und die miri wird uns jetzt verraten was wir heute vorhaben was haben wir denn vor wir wollten anfangen den t-rex zaun zu bauen ja richtig also das gehege erstmal grob planen und so wo das hin soll oder nicht das ist glaube ich erstmal so der erste schritt den wir machen müssen und die größe von dem gehe ich weiß nicht wie groß der rex sie wird wobei im wiki stand der wird vier hoch und zwölf lang und drei breit das ist nicht wie viel das ist aber ich kann mir nicht vorstellen dass er so lange wird wenn er nur vier hoch wird es ist ja irgendwie schon krass oder gerade gar keine blöcke also vier groß wäre ja so nur das ist ja gar nicht mal so viel zwölf lang ganz schön krass keine ahnung wenn wir dann hier sehen aber wir sollten nicht zu klein bauen weil du siehst ja bei den brachios wie das geendet ist wir übrigens schon wieder nachwuchs bekommen weiß nicht ob man es sehen kann das versteckt sich gerade das kleine ding da im bush will ich doch mal um das dreht sich um da ist er der nachwuchs auch ein weibchen glaube ich na gut dass hier vorne sogar futter radio und sonst hallo sagen noch ein baby können froh sein dass wir bei den lalimi mussten zwei männchen haben wirklich froh sein das ist echt ein problem also wir sollten halt vielleicht überlegen das männchen irgendwann hier rauszunehmen oder sowas ich weiß nicht wie man das sonst handhabt weil die werden sich ja immer weiter vermehren die rachios oder nicht ja oder kann man das irgendwie stoppen okay abdance du kannst das nur stoppen indem du die in verschiedene gehege packt jetzt ist die frage wo packen wir unser t-rex gehege hin wir brauchen viel platz dafür weil ich will es auf jeden fall nicht wieder so klein machen dass wir dann wieder umsiedeln müssen sowie die brachios irgendwann hier sind übrigens die schönen toiletten i like them wer das video noch nicht gesehen hat auf miris kanal ist unten in der video beschreibung da sieht man ein speed bild video zu diesen beiden toiletten sehr sehr cool kann ich nur empfehlen wo ist die mir jetzt hingeflogen und hier rechts hinter dir mit der mit der fläche hier man müsste die halt erst abhoden ja an sich ist da gut platz ich würde halt auch nicht unbedingt einen viereckigen kasten bauen auch wieder so ein bisschen l-form oder sowas machen oder irgendwie so kann sich einfach an den gegebenheiten orientieren aber ja aber du kannst mit ich wäre ein bisschen aufwendigeren zonen bauen damit wird das schwierig das schräg zu bauen und ständig hin und her und kreuz und quer also so man muss sich schon ein bisschen eckig halten denke ich mal weiß auch noch nicht wie ich das mit höhenunterschieden und so machen will mit dem zaun aber was gucken wir dann mal hier haben wir es ja auch gelöst gekriegt indem wir einfach alles auf die gleiche höhe gemacht haben ja ich würde sagen wir stecken uns mal was ab und dann gucken wir mal wir haben das ganze abgesteckt und ja es sieht jetzt erstmal sehr sehr groß aus aber uns ist wichtig dass das diesmal nicht zu klein wird außerdem haben wir noch das problem dass wir eigentlich einen doppelzaun machen müssen das heißt wir müssen innen noch mal einen kleineren glaszaun oder sowas ziehen damit einfach der t-rex nicht die besucher oder uns durch den zaun beißen kann weil ihr seht ja mal wie die brachios durch den zaun sich ragen und das wird der t-rex auch tun und ich glaube der kann dann auch dadurch beißen und das müssen wir halt irgendwie verhindern deswegen wird das ganze ziemlich ziemlich groß werden ich werde auch viel rausschneiden beim zaunbau später aber wir machen jetzt erstmal so ein bisschen miri macht sich jetzt hier schon an den weg und ich werde jetzt mit dem zaun anfangen ich habe auf jeden fall bei dem sound schon ein bisschen ausprobiert und habe mir schon so ein bisschen überlegt wie ich das ganze machen möchte das werden wir jetzt mal zusammenbauen andesit kommt in die mitte und dann müssen wir einmal übrigens ja was wir nicht erwähnt haben ist dass wir vorhanden diesmal ein besucherzentrum hinzubauen nicht eine beobachtungs galerie genau 6 7 8 9 10 genau miri die wird gleich eine schöne beobachtungs galerie bauen was echt schwierig wird im jwe style ich kann ja mal ganz kurz ein foto für euch einblenden so soll es dann aussehen später ungefähr das wird ganz schön schwierig miri ich bin sehr gespannt ob du das hinbekommst auf jeden fall cool ich glaube ich dass ich das heute schaffen werde heute definitiv aber das ist das ziel wird ja wahrscheinlich auf deinem kanal vielleicht noch mal ein speed bild oder so kommen aber werden wir dann gucken erst mal schauen ob du eine schöne besucher galerie zaubern wirst ich brauche hier nebenbei so ein bisschen wie gesagt ich habe schon ein bisschen ausprobiert haben ungefähr einen plan wie ich das den elektrozaun wird es auf jeden fall schwerer elektrozaun wie ich den bauen will deswegen geht das hier auch so schnell voran bin ich sehr froh darüber das wäre jetzt sozusagen ein element die höhe sollte ausreichen weil der t-rex ja angeblich nur viel groß sein wird kann ich mir irgendwie nicht so ganz vorstellen wenn ich den brachio so sehr wenn ich ehrlich bin stein die brauchen wir noch ich habe übrigens gehört dass es in der neueren minecraft version auch halbe blöcke von normalen glatten stein und so geben soll das in die kommentare geschrieben ist sehr sehr schade warum können wir nicht auf der aktuellen spiel miri und liegt das weil die ganzen mods die neue version nicht unterstützen okay das ist also wenn wir auf 1 14 spielen würden da würden vielleicht zwei mods funktionieren von denen die wir jetzt haben die brauchen einmal ein bisschen online herzukommen ja das macht dann ist natürlich dann doof jetzt müsste natürlich ein zahlen rein und welcher würde sich besser eignen als der elektrozaun ich würde natürlich auch gerne noch von schiesel zäune ausprobieren aber elektrozaun ist natürlich cool aber der schock dann auch wirklich leute die den zaun berühren oder dinos bei schiesel gibt es auch noch coole zahrenelemente hier iron bars und so weiter und so fort aber die haben einfach eine ultra schlechte qualität ich kann euch das mal zeigen einfach sehr sehr pixel ich von der textur seht ihr das also das ist schon echt heftig du das mal an miri das bei dir aussieht hier das auch so schlimm ja ja deswegen können wir die leider nicht benutzen das laut deswegen wenn wir diesen stahl zahlen benutzen jetzt nämlich echt cool und die letzte reihe jetzt ist der zaun drin was darf natürlich nicht fehlen redstone fackeln obendrauf dass man sozusagen die roten lampen die man aus jurassic park kennt die dann immer leuchten bei den strom oder high voltage zahlen dürfen auf jeden fall nicht fehlen dann sind wir schon fast fertig das ist so meine version von dem jurassic park zahlen ist nicht ganz perfekt aber ich bin sehr zufrieden damit aber es kommt natürlich wieder noch eine krönung nehme ich mit einem gemälde die wird dann jedes zweite element ziehen denke ich mal wenn wir mal schauen ich glaube im echten jurassic park war es auch so bin ich mir aber gerade gar nicht sicher könnte ich vielleicht noch mal nachgucken noch mal kurz so und so können wir nämlich das gemälde platzieren und dann wir direkt das richtige das ist aber ein zufall jetzt haben wir ein danger 10.000 volt sein nicht anfassen ist doch cool oder also ich finde es sehr sehr nice mir findest du den zaun ich finde es sehr schön ja ja du siehst das ein wahrscheinlich noch gar nicht nach weil ich dir die datei nicht geschickt habe ich gleich so ich werde jetzt noch einige mehr element in diese richtung bauen und dann sehen wir uns wieder so ich habe die erste wand schon mal so grob eingezeichnet jetzt die miri baut jetzt hier eine brücke und das besucher oder die beobachtungsgalerie wird dann vermutlich auf diese seite hier kommen irgendwo das werden wir uns dann später noch mal überlegen weil hier finden wir das wasser einfach sehr sehr schön und das wollten wir nicht entfernen deswegen baut die mir jetzt eine schicke brücke dahin ist ja auch cool ne also warum nicht ich finde die idee sehr sehr cool ich werde jetzt hier auf jeden fall noch weiter bauen weil es gibt viel zu tun weil bis ich um das gehege herum bin das wird dauern leute das wird sehr lange dauern die letzten fackeln habe ich jetzt gesetzt und jetzt müssen wir gucken wie wir das hier mit den danger schildern machen in welchem abstand wir die machen ich würde fast sagen jeden zweiten das wäre dann der hier zum beispiel der und der das wäre sogar perfekt dann hätten wir drei stück hier auf dieser seite nicht glaube ich ziemlich cool dass wir machen hier mal eben die blöcke hin und das mal eben so machen so und machen hier mal das danger schild hin das erste na komm nein scheiße da ist es wunderbar ans nächste zaunelement gehen wir auch noch mal rüber und auch hier kommt das hin was ist die richtige höhe ja das ist auf jeden fall die richtige höhe und nur das richtige bild da das hat jetzt aber auch ewig gedauert und hier kommt noch einer hin auf jeden fall so man sollte das ganze passen da da ist es das letzte schild so mir die baut hier fleißig brücke und so sieht das ganze aus natürlich fängt es jetzt an zu regnen klar und da oben ist ein blitz eingeschlagen mir jetzt ist es weg zum glück ja aber unser haus hat gebrannt hier gerade ok nevermind es ist wieder weg zum glück was man dann noch hier machen könnte da könnte man glaube ich mal soll ich mich auch durchgelesen wie die mittlerweile funktionieren die modern lights könnte man mal hier unterbringen wenn ich die dann hier findet da sind sie modern lights und dazu braucht man noch einen lichtschalter ich weiß gar nicht wieder heißt schifter oder so wahrscheinlich nah da light switch ok sehr sehr gut die könnte man vielleicht auf die rückseite hier immer auf diese blöcke hier machen da könnte man mal schauen wie das ganze aussieht ich mache mal jetzt erst mal sechs stück und jetzt muss man den schaltern die hand nehmen und mit rechtsklick die dinger hier einmal auswählen bevor man den schalter platziert weil das wird dann sozusagen dem schalter zugewiesen so habe ich zumindest gelesen das werden wir jetzt ausprobieren wenn ich jetzt zum beispiel den kann ich den hier nicht platzieren ah ok ich glaube das liegt daran dass ich einfach zu weit weg war man darf wohl nicht so weit weg gehen von den einzelnen lichtquellen aber jetzt können wir es mal anmachen so sieht das ganze aus sieht man natürlich jetzt bei tag sehr sehr schlecht ich mache mal kurz neid oder stört die mir nicht so mir findest du die beleuchtung hinterm zauber ich gar nicht schlecht aus oder ja ich denke glaube ich ein bisschen zu realistisch jetzt du das dann aber man kann ja eh nicht durch den zaun durchgucken also von daher ja der zahn ist halt schon sehr undurchsichtig leider ich hätte ihn auch lieber ein bisschen durchsichtiger gehabt aber ja wie gesagt es gibt halt keinen guten mit guter textur außer diesen anderen da und er sieht einfach nicht ja sicher genug aus sage ich mal also zumindest für fleischfresser vielleicht gibt es ja noch eine andere idee der beleuchtung also du kannst gerne vorschläge machen ich könnte es natürlich auch vor den zaun machen die beleuchtung ich weiß nicht wie das aussehen würde also wenn ich hier zum beispiel wahrscheinlich nicht so schön wenn du mal rüberkommst dann siehst du das ja ja ich mach mal einmal hier als beispiel hin weil diese modern lights funktionieren echt gut so wie das hat vorne aussehen finde ich hinten auch cooler wenn es einfach beleuchtet ist dann würde ich sagen mache ich das mal überall so sieht das ganze jetzt aus und die miri baut jetzt hier schön weiter ihre brücke auch sehr sehr nice ja ich werde jetzt einfach ja auf dieser seite weiß ich noch nicht ob ich da baue doch ich brauche hier auch schon mal ein paar elemente hin kann man ja wie findest du denn die brücke jetzt von der seite ob jetzt müssen wir meinen tag machen ja ja sehr gut cool in der mitte ist es halt dünn und dann wird sie immer breiter bei den enden habe ich das so gemacht und schade dass man die geländer immer so machen muss und dass es keine so schrägen verbindungen gibt ansonsten ist es super cool mag die optik das sieht nice aus ja sehr sehr schön genau jetzt müssen wir nämlich hier um die kurve gehen ich muss ja wahrscheinlich begraden ich wüsste nicht wie ich sonst das fünftig hoch bauen könnte aber begraden bis hier die einfachste lösung ein t-rex mag es glaube ich eh nicht so bergig und hügelig kennt man ja auch die eile so schnell dass ich die haxen bricht oder so schwer ist deswegen eine flachene ebene beim rexigehege ist glaube ich schon mal in ordnung die landschaft können wir später immer noch anpassen innerhalb des gehiges das ist ja an sich kein problem wir müssen jetzt gucken wie wir hier um die ecke sozusagen bauen das ist natürlich normal sehr interessant ich glaube ich werde dann ja den pfosten wegnehmen und hier dann hochgehen so und dann können wir eigentlich schon das ganze spiel hier wo man immer eben an der sieht nehmen wir diesen block hier wiederholen in diese richtung machen wir mal eben gemeinsam ein element fertig 12345678 9 10 hier das müsste hinkommen so die höhe müsste auch hinkommen sehr gut hier reichen wir noch mal ein bisschen ab hier wieder unseren lachen unsere steinstufen hin das kommt sogar echt hin von der links wie ich es jetzt habe noch mal hier mal so sehr gut das passt also so kann man auf jeden fall denke ich gut um die ecke gehen das kommt gut hin hier kommt das ja nicht hin nur hier lämmschirm und lämmchen und dann kommt denn logischerweise noch der zaun rein aber das werde ich für euch natürlich entweder beschleunigen oder rausschneiden tada es ist fertig das ging jetzt sogar relativ schnell für euch natürlich noch schneller und den vorgang werde ich jetzt noch ein bisschen wiederholen ich denke mal ich werde noch ein element machen dann kommt die besucher galerie und dann werde ich erst auf dieser seite weiter bauen ich werde dann erst mal auf die andere seite wechseln hier weiter arbeiten aber für mich ist es ein bisschen mehr akt und aufwand für euch ist es nur ein kleiner cut so leute für euch ist es nur eine sekunde vergangen für mich ist jetzt eine nacht vergangen die miri ist jetzt leider nicht mehr dabei die ist auf arbeit für mich ist jetzt der nächste tag ich wollte euch noch mal eben kurz ein update machen wie weit wir jetzt sind also wer mit den zaun bzw ich habe den zaun jetzt schon mal hier komplett lang gebaut und bis da vorne zur wand da muss ich da mal gucken ob ich das mit zaun mache oder ob wir den zaun einfach am berg sozusagen enden lassen das können wir gleich mal gemeinsam gucken aber ich bin schon sehr zufrieden mit den zaun ich finde das sehr cool auch das mit den schildern ich finde ja solche details machen immer echt viel aus und das ist echt nicht viel arbeit so was einzufügen in minecraft also das geht echt rucki zucki und da hinten seht ihr auch schon mal die ersten ja ideen und gedanken ansätze von miri und grundrisse sozusagen für die beobachtungs galerie sieht schon sehr sehr vielversprechend aus also sie hat hier schon mal angefangen ist allerdings nicht mehr so weit gekommen weil wir halt gestern schon recht spät hatten bei der aufnahme aber das ist ja an sich nicht schlimm ich denke mal das wird sehr sehr cool werden also wird die bestimmt sehr gut hinbekommen diese beobachtungs galerie ich bin auf jeden fall sehr gespannt ich kann euch das ganze noch mal eben wenn ihr wollt bei nacht zeigen time set night machen wir mal kurz und dann sieht das ganze so aus sieht auch sehr sehr cool aus finde ich mit der zaun beleuchtung also da bin ich auch äußerst zufrieden mit habe ich jetzt auch den ganzen zaun so weit durchgezogen mit der beleuchtung das ist sehr sehr nice denke ich wir müssen dann später halt gucken wie das ist mit dem rexie weil ich glaube wenn wir jetzt hier den rex ausbrüten das wird wahrscheinlich in der nächsten folge passieren dann könnte es sogar passieren dass der schaden also ich denke mal der wird schaden kriegen wenn er hier gegenläuft weil es ist ja normalerweise so dass man da selber auch schaden kriegt und monster und sowas wenn ich jetzt hier nicht im relativ modus bin werde ich hier ja auch angeschockt das ist ja wirklich ein elektro zaun das ist ja nicht nur deko und ich glaube der t-rex weil die kai wird nicht so klug sein dass sie dann da nicht gegenläuft der wird wahrscheinlich die ganze zeit gegenlaufen und geschockt werden deswegen müssen wir vermutlich also ich gehe einfach mal davon aus dass wir hier drin noch mal irgendwie wahrscheinlich mit glas denke ich mal die schönste lösung aber vielleicht gibt es auch noch eine andere lösung dass wir hier drin noch mal irgendwie mit bestimmter blockanzahl abstand noch mal sozusagen eine weiteren zaun ziehen müssen ich weiß es nicht das schönste aber ich wüsste nicht wie man das anders lösen kann vielleicht habt ihr ideen oder vielleicht wisst ihr ja ob die dinosaurier klug genug sind dass sie mich gegen die lektrozäune zu laufen aber kann ich mir persönlich nicht vorstellen aber ihr könnt ja mal in die kommentare schreiben weil ich glaube viel anderes bleibt uns gar nicht übrig als hier noch mal in so eine zaunlinie zu ziehen natürlich noch ein bisschen höher ich will das nur jetzt nicht machen weil das jetzt einmal nur zum veranschaulichen ist müsste man sowas machen ich meine von hier würde man es so gut wie gar nicht sehen wenn man es auf die richtige höhe zieht aber ich glaube anders könnten wir das halt echt nicht handhaben weil der rex die sich sonst einfach selber kaputt machen würde ich weiß es nicht das schönste aber ich wüsste jetzt gerade keine andere lösung aber dafür sind ja die kommentare und ihr da vielleicht habt ihr noch eine super idee seid ihr immer super kreativ schreibt auf jeden fall in die kommentare weil das ist noch ein problem was sehr störend ist nicht aber gut das kriegen wir auch schon irgendwie hin ansonsten bin ich mit dem sound schon recht zufrieden hier vorne kann ich euch noch mal eben einmal zeigen wie ich das da jetzt erstmal gelöst habe also ich hätte ja den sound auch hier komplett weiterführen können ich hätte nur den berg ja sozusagen abholzen müssen dann hätte ich hier auf dieser linie einfach zurückgebaut sozusagen so in diese richtung das wäre es dann gewesen aber ich dachte mir als ich hier das den berg so ein bisschen begradigt habt ihr seht dachte ich mir man könnte ja eventuell auch den sound einfach hier an dem berg enden lassen sozusagen machen wir eben tier das so voll und dann könnte man eventuell hier noch was hinbauen irgendwie so eine terrasse oder einen ausguck oder sowas also dass man hier irgendwie war nicht runterfallen irgendwie dann so einen balkon oder sowas macht oder sowas irgendwie ein restaurant oder was weiß ich für ein laden aber das könnte man sicherlich machen also dass man sozusagen dann hier so eine fläche oder sowas hat oder die dann über die gesamte fläche geht hier dann noch so vernünftige klippen macht und den berg noch vernünftig enden lässt jetzt nicht so glatt und gerade und dann könnte man noch mal da oben sozusagen irgendwie das t-rex café oder so hin machen dass man hier noch mal eine richtig schöne sicht beim essen oder kaffee kuchen essen ja auf den t-rex hat weil ich meine schaut euch mal die sich dann die schon sehr sehr nice also das könnte man echt überlegen oben noch was hinzubauen ich glaube auch dass es cooler ist wenn wir nicht auf allen vier seiten sound haben sondern hier das einfach in den berg übergehen lassen und wenn man das dann auch so gestaltet dass es natürlich aussieht ist das glaube ich auch recht cool aber ich glaube das ganze werde ich in der nächsten folge machen wenn miri hoffentlich wieder dabei ist weil ich wollte jetzt nicht mehr allzu lange weiterbauen ich weiß die folge ist jetzt noch nicht so lang aber das ist ja auch nicht weiter schlimm ich würde sagen wir machen in der nächsten folge weiter schreibt mir auf jeden fall in die kommentare ob ihr eine idee habt hier zu diesem problem schreibt mir auch rein wie ihr den sound findet und schreibt mir rein wie ihr die idee hier mit findet oder ob ihr es lieber hättet ja dass der zaun hier einfach weiter geführt wird bis dahinten das natürlich auch können wir natürlich auch machen schreibt auf jeden fall in die kommentare würde ich mich selber freuen falls euch das projekt jurassic park in minecraft gefällt dann würde ich oder wir uns sehr über ein like freuen und ihr dürft gerne kommentieren der kanal von miriam ist in der video beschreibung schaut doch bei ihr vorbei sie wird in zukunft einige speed builds und so vom jurassic park die ja oft video sozusagen geschehen sind wird sie auf jeden fall festhalten und hochladen für euch damit ihr seht wie zum beispiel die besucher galerie entstanden ist oder wie zum beispiel diese toiletten entstanden sind das ist schon auf ihrem kanal also checkt auch ihren kanal ab wird sie sich sicherlich freuen ansonsten bedanke ich mich vielmals für eure aufmerksamkeit macht's gut haut rein euer dann